Im Jahr 2015 lebten weltweit 244 Millionen Menschen in Staaten, in denen sie nicht geboren wurden. Mehr als die Hälfte dieser 244 Millionen Migranten lebte in nur zehn Staaten. Das mit Abstand wichtigste Einwanderungsland sind die USA, wo 46,6 Millionen Migranten lebten. Fast jeder fünfte Migrant weltweit. An zweiter Stelle stand im Jahr 2015 Deutschland, wo 12 Millionen Migranten lebten. Darauf folgte Russland mit 11,6 Millionen Migranten. Auf der anderen Seite war Indien das wichtigste Auswanderungsland. Von den 244 Millionen Migranten weltweit stammten 15,6 Millionen aus Indien. An zweiter Stelle stand Mexiko, von wo 12,3 Millionen Migranten stammten. Darauf folgten Russland und China. Aus den zehn wichtigsten Herkunftsländern stammte rund ein Drittel aller Migranten weltweit. Die einzelnen Staaten sind also sehr unterschiedlich von den weltweiten Wanderungsbewegungen betroffen. Die Wanderungsbewegung zwischen zwei einzelnen Staaten wird auch als Migrationskorridor bezeichnet. Der mit Abstand größte Migrationskorridor ist der zwischen Mexiko und den USA. 2015 lebten in den USA 12 Millionen Migranten aus Mexiko. An zweiter Stelle standen die Vereinigten Arabischen Emirate, wo 3,5 Millionen Migranten aus Indien lebten. Weltweit gab es 2015 noch drei weitere Migrationskorridore mit mehr als drei Millionen Menschen. Zwischen Russland und der Ukraine. Zwischen der Ukraine und Russland. Sowie zwischen Bangladesch und Indien. Weitere 34 Mal wanderten im Laufe der Zeit mehr als eine Million Menschen von einem Staat in einen anderen aus. Die USA waren bei diesen Migrationsbewegungen neunmal das Zielland. An zweiter Stelle stand Deutschland, das mit Migration aus Polen, der Türkei, Russland und Kasachstan viermal das Zielland war. Dabei gibt es die Besonderheit, dass von den Migranten aus Polen, Russland und Kasachstan viele als Spätaussiedler nach Deutschland zugewandert sind. Im Fall Kasachstans waren drei von vier Migranten Spätaussiedler. Weitere wichtige Herkunftsländer, allerdings mit weniger als einer Million Migranten, waren aus deutscher Sicht Rumänien, Tschechien, Italien, die Ukraine, Österreich, Griechenland sowie Kroatien. Von den rund 81 Millionen Menschen, die Mitte 2015 in Deutschland lebten, waren insgesamt 12 Millionen in einem anderen Land geboren. Mehr zu diesen und anderen Themen finden Sie beim Online-Angebot Zahlen und Fakten Globalisierung unter bpb.de Globalisierung.